Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mich auch. Aber nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Warum haben Sie sich denn nun gerade bei uns beworben? Naja, das war ja eine sehr charmante Annonce. Und da fühlte ich mich angesprochen und dachte, die suchen genau mein Profil. Hallo, ich bin Alice. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Freitexterin und Redakteurin. Arbeite zur Zeit selbstständig für verschiedene Kunden. Ich bin überwarten. Hören Sie? Ja. Wir werden vor dem Sommer leider keine Bewerber mehr einladen. Sie sollten sich ernsthaft überlegen, ob Sie nicht mit einer Umschulung beginnen. Umschulung? Bitte warten. Was sind meine Kompetenzen? Was schlummert in Ihnen? In Ihnen allen schlummert etwas. Es geht nur um das Sparbuch von Oma, das die für mich angelegt hatte. Ich hätte da jetzt gerne Zugriff drauf. Wir haben uns ein altes Wohnmobil gekauft. Das war immer der große Traum von Papa. Jetzt bin ich wieder schuld. Erfolg. Bitte da. Bist du Musiker? Ja, ich spiele in der Oma. Kannst du davon leben? Ich sag immer, bewerben ist wie tanzen hier, nur anders. Ich habe hier Benzingutscheine über 40 Euro oder über 20 Euro. Ich kann mir die Arbeit einteilen, wie ich will. Ich kann Urlaub machen, wenn ihr arbeiten müsst. Ey, wenn der Automat die Karte nicht annimmt, dann ist wahrscheinlich ihr Konto gesperrt. Ja, das weiß ich auch. Aber ich mache das so lange, bis was passiert. Verstanden? Ey, ist ja cool. Mein Kopf. Und es wird jetzt auch gleich was passieren. Mama, meine Kette. Eine Kette. Nein, nein, nein. Ich werde auch ein Café von Minuten schauen. Und es wird jetzt Hauschül ein. Untertitelung des ZDF, 2020